zu dem liegt sich jetzt was zu dem liegt sich jetzt was hey was ist das Portugal elf let's go ihr habt doch gesagt zu dem liegt ziehe ich was oh mein Gott oh mein Gott meine Freunde was geht ab willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel und zwar kriegt ihr heute FIFA Highlights geliefert FIFA habe ich letztes Jahr nicht gekauft dieses Jahr aber wieder in den Streams checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung ab da seht ihr meinen Twitch Kanal twitch.tv slash Wisinio im Browser eingeben ich streame da jeden zweiten Tag ich würde mich auf jeden Fall freuen auch mal die YouTube Namen auch mal bei Twitch zu sehen weil ich alles was auf YouTube passiert seht ihr live auf Twitch also ich hoffe wir sehen uns dann dort wie gesagt FIFA letztes Jahr nicht geholt dieses Jahr geholt und ich finde es sehr geil dass ich wieder ein bisschen im FIFA Grind bin Road to Glory das heißt ich habe noch nicht 1 Cent bei FIFA ausgegeben und ihr werdet immer schöne Tore sehen meine neuesten Transfers und so viel Spaß mit diesem Video die Ecken sind richtig jung und tschüss wohin oh mein Gott ich krieg so ein Konter ja holy shit wow wichtig boom zack so gut gespielt Junge ich bin so gut gerade wow zu langsam uh 4-0 guckt euch mal was für ein Tore ich halt gekriegt man Digga guckt euch mal an was für ein Tore ich halt gekriegt man Digga komm komm voll doll ja komm voll du bist der Beste juhu boah der Trick war krank der Trick war krank sag oh mein lass ich guck mal habt ihr das gesehen naja den Trick wollte ich gar nicht machen bing bong 4-1 der hier ist Megapack jalla ein seltener 83 plus Spieler ihr müsst gönnen ihr müsst jetzt gönnen Digga und und mal gucken was tun wir England Stömer oh mein Gott ich bin 3-8 super 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 fack dann kommen die dicken Facks oh wieder Scheinwerfer Brasilien Torwart oh Ederson oh Ederson Ederson let's fucking go den werde ich spielen let's go let's go let's go man wir machen gleich wir machen gleich Kontakassier halt wir haben noch 3-4 oder komm Upa Meccano Ederson macht Eigentor hä was macht der da Digga Digga Ehrlich so big Digga dass der Typ dass ich dieses Peck hatte Digga FIFA ja oh mein Gott FIFA ich dachte FIFA will mich ficken ich hab zweimal gegen Foxen geschossen hintereinander oh mein Gott was hab ich ihm bei Preischot gegeben oh mein Gott was hab ich ihm bei Preischot gegeben Dankeschön die Flippers Geilzeit Digga der Lastukro war bombastisch 3 Leute weg mit einem Trick Boah was ist das für ein Team Digga oh mein Gott oh mein Gott Digga da merkt man schon direkt dass das ein er hat mir einen Sieg geschenkt 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 ich küsse dein Herz Digga wie geil oh mein Gott 3-0 3-0 3-0 ja Ehrlich Junge Hammer Digga geiler Ball Digga von Ederson ich schwöre tschüss dass der auch so gut ankommt der heftig super dieses Flippers abgefangen gut gemacht und 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 bumm Digga blatte Linie Digga ey come on ja Wasser Marsch auch achso Digga Digga was du und du bist du du bist übersteuert Digga was machte du du nach du 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 Bis zum nächsten Mal.